Ich bin gegangen. Zwei hinter Spot. Die hatten eine Race, Oldan, und das habe ich gar nicht gehört. Jo moin, im heutigen Video geht es um ein 2 gegen 5 gegen Silber, aber nicht ganz normal. Und zwar sind Rax und ich gegen 5 Silberspieler und der, der in 3 Runden weniger Kills gemacht hat, also Rax oder ich, muss 200 Euro an Charity spenden. Falls euch das Video gefällt, lasst gerne ein Abo und Like da und dann würde ich sagen, viel Spaß in dem Video. Einer hat Hit. Boah, beide Hit, beide Hit, glaube ich. Toll. Und einer dazwischen. Ist down. Auch down. Auch down. Oh mein Gott. Warte, warte, ich hiebe mich. Oh mein Gott, ich muss weg, ich renne anderen Spot. Auch Hit, hat Hit, hat Hit. Achso, ich muss nur noch rüberkommen. Oh, hier ist er da links. Flashe? Oh, ich bin blind. Oh ja, warte, warte ich vielleicht nochmal. Oh, was ein guter Support. Hier rechts, einer rechts. One Shot. Und, äh, Yellow. Nein, hinter Spot und, äh, Brücke oder so. Ah, und der, der ist schon low. Der ist 80. Schöne Runde, Mann. Aber guck mal, ob du Supporter mit den Flashes, meine Ulti ist weg. Ja, war mega gut. Geil. Ich fühl mich zu Flash, damit du die Killst. Okay, die erste war nicht so gut. Nein, was ist wieder? Das ist recht. Zwei bei dir down. Ich kann hier raus ulten. Die ist hier onside, direkt oben. Habe ich, du musst dich nutzen. Hallo. Tschüss. Tschüss. Ich hasse mein Leben, bin ich dir ehrlich. Er gibt mir auch ein Brett wieder. Wahnsinn, aber ich war spannend. Ja, ey. 30, 25, erstes Game. 30, 25. Hier links. Nein, feilter Platz. Ich flach hier raus. Ja, komm. Ich mach den. Reload. Warte mal, ich bin mal weg. Bei Mitte pusht jetzt bestimmt. Ja, da ist er schon. Aber das Geile ist, ich hab zwei HP. Boah, das ist richtig schwer durchzukommen, ne? Irgendwie. Nice. Noch einer hier? Ja, ich kam immer hier irgendwo rum. Schön. Warte, ich mache, ich pushe A und bleibe durch den B. Boah, die Tür ist, ne, 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 ne. Nice, aber. Bleint doch jetzt. Wir brauchen noch das Geld. Ach, Raks. Was machst du denn? Schön, aber dass wir das noch wohl haben. Ja, links. Ich flach raus, warte. Rake kommt. Raks. Market. Oh, noch einer Base. Ich hab Red Shot. Sage noch Onside, oder? Sage Low. Schön. Ich hab fünf HP. Musst es wiederholen. Fünf HP hast du? Fünf HP, aber ich könnte Ulti ziehen. Soll ich? Safe. Operator, Meister. Aben nur CT. Fade CT. Killjoy bei Market eben. Zwei da. Killjoy Omen. Einer Spotscher. Oh, ja, der pusht dich. Links, der ist hinter dir drin schon. Ja, ich weiß, weiß. Schön, Ulti von dir. Danke, Ulti, man. Ja, Mitte. Ich wusste, dass man die stehen einfach immer. Freeload. No risk, no fun. Mitte zwei gepusht. Ich weiß nicht, dass er so eine Killjoy holt ziehen. Ich wünschte, meine Rank Mates würden mal so safe spielen. Oha. Ich hätte auch gerne Leute mit Classic Deal alleine stehen. Oh, 14 Sekunden, ich mach die Tür glaube ich nicht so. Oh, ist das free. Der checkt das niemals, die A-Clot. Wieso dreht ihr sich um? Das ist zig. Oh, da kommt einer. Der Flash. Links ist einer. Wo ist der? Der muss auch hier Mitte links sein. Ja. Der hat am Anfang geflasht. Schön, schön, schön. Boah, ich muss 13 Kills aufholen. Wollen wir Lambs einnehmen mit meiner Wall? Damstorm? 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 Oh, you ain't coming back. Swoke? Äh, flash. Hä? Wahrscheinlich hinter uns kurz. Oh, was ein Gesicht. War ein Tadepanda eigentlich. Ich muss safe spielen im Container. Im Container safe spielen. Okay, mach ich. Lang? Ja, der ist lang. Der ist lang? Ich hab ihn lang gesehen. Lang? Lang? Lang da unten. Hey, was machst du? Puscht, Hooker? Your fault. Puscht auch nicht. Oh, fuck. Party's over. One enemy remaining. Last player standing. Der 30 AP, man. Jetzt hielt er sich. Oh, man. Der hätt ich gebraucht. Die Frustration. Den hätt ich gebraucht. Weißte nicht, dass ich den krieg. Wir haben schon mal 1-1 gegen die verloren. Das ist Stillfile, ja. Klar. Ach, man. Der wär wichtig. Warte. Oh, er ist links. Er ist links. Boah, das ist schlecht. Lass' ATP'n, ATP'n. Zwei Stück hier. Ne, zu spät. Boah, bin schon auf Gesicht gegangen. Zwei hinter Spot. Die hat ne Razeuld, das hab ich gar nicht gehört. Ja, aber du lebst noch. Hä? Wieso lebe ich da? Drei. Hä, wieso krieg ich davon keinen Schaden? Locking Site. Vier. 30 Sekunden left. Warte zu. Ja. Kein Bock mehr. Das waren wichtige sieben Kills. Hä? Sechs. Aber es ist noch zwei. Ich weiß nicht, ob's dir geht. Ich glaub's sogar nicht. Hä? Hä? Mann. Da wird auch mal ein LOL reingeschrieben. Kade, Mann. Oh. Schade, Marmelade. Wir haben alle so 8,13 verloren. 9,13, 10,13. Man richte nicht alle Kills zusammen, sondern immer von Match zu Match. Sehr genau, das ist ja das. Das heißt, 200 Euro an Charity von dir. Dann pack ich auch noch einen Huni drauf. Dann haben wir 300 Euro an Charity gemacht mit dem Format. Auf geht's.